In diesem Video geht es jetzt um die Aufnahme für den Ultraschallsensor hier vorne und dazu müssen wir jetzt eine Skizze auf eine bereits vorhandene Ebene legen, nicht auf eine Fläche des Körpers, sondern wir müssen hier in den Ursprung gucken und jetzt die XZ-Ebene auswählen. Wenn das bei euch eine andere Ebene ist, also die anders heißt, dann ist das auch kein Problem, aber es muss die Ebene, die mitten durch das Gehäuse führt, hier wie dargestellt ausgewählt werden und auf diese Ebene legen wir eine Skizze und wenn ihr die Ebene schon ausgewählt habt, hier unter Ursprung im Baum, dann braucht ihr nur noch auf 2D-Skizze starten klicken und er legt dann direkt in die Ebene die Zeichnung rein. Ich möchte das jetzt aber von dieser Seite betrachten und drücke jetzt einmal F7, dann schneidet er hier in meine Ebene, auf der ich jetzt bin und auf der ich auch meine Zeichnung, wenn meine Skizze draufgelegt habe, schneide er dann rein. Ich klicke hier oben auf den Würfel und möchte mir das Ganze von vorne angucken und kann jetzt die Kontur zeichnen. Die fängt hier unten in der Ecke an, geht nach oben so schräg, geht dann ganz hoch und führt hier auf diese Linie drauf und wieder nach unten an dieser Ecke. Also das ist jetzt schon die komplette Kontur und die muss ich jetzt nur noch bemaßen und zwar soll diese Linie hier, die kann, die fängt er jetzt gar nicht, also muss ich von hier nach hier unten bemaßen. Das soll ein Abstand von 32 sein. Die Breite soll, na jetzt habe ich hier auf die Mittellinie geklickt, also er hat die Mitte gefangen, der Linie. Ich muss die gesamte Linie anklicken. 5,5. Das hier sind 10. Damit habe ich dieses Skizze vollständig bestimmt und ich muss das Ganze jetzt extrudieren. Dazu sage ich Skizze beenden. Extrusion in beide Richtungen und zwar um 52 mm. Dann geht er hier bis zur Innenkante des Robotergehäuses, also bis hier geht er rein. Dann hake ich das Ganze ab und kann jetzt um die Aussparung für den Sensor zu machen, das ist sozusagen hier die Halterung. Jetzt müssen wir noch eine Aussparung haben. Dazu kann ich einfach eine Skizze hier oben drauf legen und sage jetzt Geometrie projizieren. Dann wähle ich diese Fläche aus. Jetzt hat er in gelb die Geometrie dieser Fläche auf meine Skizze projiziert und jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Linie ziehen. Ich gucke mir das Ganze aber wieder sauber von oben an. Ziehe eine Linie von hier nach hier und bemaße das Ganze von dieser Kante bis nach hier. Das wäre dann die Wandstärke und die soll 1,8 sein. Dann hake ich das Ganze ab, extrudiere diese Fläche. Also jetzt nicht die falsche Fläche auswählen, nicht beides, nicht diese, sondern wir wollen diese Fläche hier extrudieren und die soll nach unten gehen und zwar um 13,5 Millimeter. Und je nachdem was für einen Drucker ihr habt und mit welchem Filament ihr druckt und mit welchen Einstellungen, kann es sein, dass wenn nachher der Sensor hier reinkommt, dass es ein bisschen lockerer oder ein bisschen enger sitzt. Dann müsst ihr im Nachhinein vielleicht noch hier eine Änderung vornehmen, vielleicht noch mal das Ganze um 0,2 oder 0,3 Millimeter schmaler oder weitermachen. Aber da macht man erst einen Probedruck für, guckt dann, was passt und was passt nicht. Dann kann man im Nachhinein noch mal Änderungen machen. Prinzipiell sollte das aber funktionieren, nur wie gesagt, das ist von Drucker zu Drucker und Filament zu Filament auch manchmal ein bisschen unterschiedlich, was für Toleranz da mit drin sind. Veränderungen 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 Veränderungen